Nun, Commander, hervorragend gelöst. Die C ist wieder unter unserer Kontrolle. Und wir haben einen neuen Direktor, Redmond Boyle. Er ist bisher Finanzsekretär der GDI gewesen. Ich weiß, was Sie denken. Aber so steht's nun mal im Protokoll. Alle vorgesetzten Boyles kamen beim Angriff auf die Philadelphia ums Leben. Sehen Sie, der Vorteil ist, dass Boyle als kluger Mann die Finanzkanäle kontrolliert. Und wir brauchen jeden Penny, um den Krieg zu gewinnen. Entschuldigen Sie, General, aber Sie sollten wissen, dass... General Granger, Redmond Boyle, es ist mir eine Ehre. Danke. Wirklich. Danke, Direktor. Sie konnten nicht ahnen, dass ich kommen würde. Bitte entschuldigen Sie, aber ich war gerade hier in der Nähe und wollte mich bei Ihnen persönlich für Ihre Arbeit bedanken. Danken Sie nicht mehr, Direktor. Danken Sie dem Commander. Commander? Schön, dass Sie auf unserer Seite stehen. Ihre Erfolge auf dem Schlachtfeld sind eine Inspiration für uns alle. Aber ruhen Sie sich nicht auf Ihren Lorbeeren aus. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, das zurückzuerobern, was uns gehört hat. Wenn Not einen Krieg will, sollen Sie ihn haben. Einen Krieg, der Ihrer Schreckensherrschaft ein Ende setzen wird. Aber eins nach dem anderen. Beenden Sie zuerst Ihre Arbeit hier in DC, Commander. Erobern Sie die Stadt zurück. Zeigen Sie der Welt. Der Sieg gehört uns. Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi, liebe Spaßgesellschaft und willkommen bei der nächsten Mission der GDII-Kampagne hier bei Command & Conquer 3. Das Weiße Haus. Showdown DC. Erobern Sie das Weiße Haus zurück. Tja, Commander, Sie haben fabelhafte Arbeit geleistet. Aber Sie haben noch eine Schlacht zu gewinnen. Erobern Sie das Weiße Haus zurück. Vom taktischen Standpunkt her hat es für uns bloß Symbolwert. Aber unterschätzen wir in diesem Krieg nicht die Macht der Wahrnehmung. Wir zeigen der Welt, dass wir die Blutung gestoppt und Not unter Kontrolle haben. Aber ich sollte Sie warnen. Nots Elite-Truppen kämpfen mit Stealth-Einheiten. Sie sollten also zuallererst die Störtürme ausschalten. Denn so enttarnen Sie den Feind. Viel Glück, Commander. Oh, stimmt. Ich habe wieder verdrängt, dass Not einer enttarnen kann. So, Weißes Haus. Die über dem Weißen Haus gehisten Not-Banner waren ein schwerer Schlag vor die Moral der GDI-Truppen. Sie müssen dieses Symbol der Freiheit zurückerobern. Da Not in der Nähe über einen Bereitstellungsraum verfügt, haben Sie die Chance, ein großes Lager modernster Not-Waffen zu vernichten. Schalten Sie zunächst mit einer kleinen Armee die Luftabwehr aus. Anschließend verwandelt ein Firehawk-Geschwader aus Langley die geparkten Militärfahrzeuge in einen brennenden Haufen Schrott. Greifen Sie dann den Not-Stützpunkt vor dem Weißen Haus an. Ja, das kriegen wir doch hin. Oh, äh, ja. Bisschen wenig Truppen. Die Not-Truppen sind zu zahlreich für einen Angriff. Schalten Sie Ihre Luftabwehr aus, damit Sie Luftunterstützung von der kürzlich eroberten Langley Air Force Base anfordern können. Gut, dann würde ich sagen, geht ihr beiden mal nach rechts. Ihr beiden nach links. Das Tiberium verbreitet. Und hoffen auf das Beste. Einheit wird angegriffen. Erfolgt eure Ziele. Ja, Sir. Warum bist du eigentlich so nah daran gekrabbelt? Seid vorsichtig. Feuer. Einsatz Sie immer. Raketenkampfbereit. So, da haben wir alle. Vorwärts. Dann bitte einen Luftangriff. Die Luftunterstützung braucht ein Ziel. Markieren Sie es mit der Luftangrifffähigkeit der Firehawks. Ja, das kriegen wir doch hin, hoffe ich. So, dann zack. Gebt Ihnen dreckig. Ui! Ein Träumchen. Raketentrupp aufgepasst. Verstärkungen eingetroffen. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Oha. Erstmal. Nachhalt vor dem Weißen Haus einen Stützpunkt errichtet. Zerstören Sie die Produktionsgebäude, um das Gebiet zu sichern. Prüche mal hin. Aber erstmal müssen wir unsere Basis aufbauen. Und da kommt auch schon, glaube ich, der erste Trupp uns entgegen. Was zum... Der Stützpunkt ist einfach verschwunden. Nähern uns Ziel. Raketentrupp kampfbereit. Aufgepast. Not tarnt seinen Stützpunkt mit diesen Störsendern. Wenn wir sie zerstören, ist ihr Stützpunkt verwundbar. Mhm. Dann machen wir das doch mal. Das klingt tatsächlich nach einem Plan. Bonus-Ziel. Es kann losgehen. Einheit bereit. Neues Bonus-Ziel. Mehr Bonus-Ziele, ja sehr schön. Aber wie gesagt, erst einmal die Basis, dann alles andere. BNT erwartet Befehle. Warte mal, was ist denn das Bonus-Ziel? Das hätte ich mir vielleicht mal durchlesen sollen. Scharfschützen positionieren. Okay, gut. Dann müssen wir die aber erstmal haben. Also, bleibt dabei. Erstmal eine Basis aufbauen. So, und was ist da oben? Ach, Kraftwerke zerstören. Ja, guck. Bau abgeschlossen. Oder war doch zerstören, ne? Yep. So. Heran mit dem Tiberium. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen wird gebaut. So. Erstmal das übliche Tam-Tam. Ach, stimmt. Man könnte ja hier im Arsenal einige Upgrades machen. Das habe ich auch schon wieder vollkommen verdrängt. Wird gebaut. Mann, 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 Mann. Es ist echt zu lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Umso mehr freue ich mich gerade. Ach, stimmt. Hier gab es ja auch noch die Upgrades. Aber erst beim Technologiezentrum. Und ich glaube, das fehlt uns noch. Bau abgeschlossen. Also, das werden wir auch in dieser Mission, glaube ich, nicht haben können. Kommander, bestellen Sie diese Mission Predator-Panzer bereit. Bauen Sie sie in Ihrer Waffenfabrik. Nice. Aber erst einmal würde ich sagen, Basisausbau und vor allem ein Sammler erst mal. Ja, dann mach das doch mal direkt. Ach, guck an, dann machst du das ja sogar wirklich direkt automatisch. Das ist ja vorbildlich. Mensch, jetzt gehen da, ne. Moment. Erst das Kraftwerk. So, aber wir können uns jetzt, glaube ich, schon mal den einen oder anderen gönnen. Ja. Machen wir erst mal zehn Stück. Müssen ja vielleicht hier und da auch noch mal was anderes bauen. Ach, stimmt. Die ganzen Upgrades mit den Railguns und so. Ach, da werden Erinnerung wachlieben. So, wir können allerdings aktuell nur Kompositpanzer-Upgrades. Okay, mehr Trefferpunkte für Infanterie. Ist gut, nehmen wir. Weitere Sachen gehen leider aktuell noch nicht. Schade, aber... Naja, es ist halt so. So, dann machen wir noch ein paar Abwehrtürme hin. Einfach nur, um sicher zu sein, dass sonst nichts Schlimmes hier wieder fährt. So, euch lege ich mal auf die zwei. Ihr kommt auf die eins. Ups, na, ihr fahrt mal ganz schnell weg. Man, was macht ihr denn für ein Quatsch? Jetzt habe ich ihn leider nicht unbedingt so positioniert, wie ich ihn eigentlich ursprünglich hätte haben wollen. Was? Oha, jetzt werde ich gerade ein bisschen übermütig, glaube ich. So. Liebe Infanterie, kümmert euch mal darum. So, du bist vom Strom genommen. So, wie viele... Einer ist noch in der Pipeline. Okay, den gönnen wir uns noch. Oha, ein Raketentrupp hat überlebt. Geil, der Einzige, der noch ziemlich angeschlagen war. Einheit bereit. Melden uns zum Dienst. Botenunterstützung. Ausrücken. Verstanden. So, was fehlt hier? Nur Geld? Und deswegen ist es ausgegraut? Okay. Hä? Ne, da fehlt nur... Ach, das Arsenal ist offline. Deswegen geht das nicht. Wird gebaut. Auf Empfang. Infanterietruf. Ja, Sir. Wir sind unterwegs. Bau abgeschlossen. So, wird's denn irgendwann mal gehen? Melden uns zum Dienst. Einheit für Anrufe. Ausrücken. 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 Hey, hey, hey. Wir müssen verrufen. Habe ich jetzt tatsächlich schon einen Predator verloren? Echt jetzt? So, dann schaffen wir dich mal wieder online. Machen zwei Scharfschutz im Teams. Schließlich wollen wir auch das Bonus-Ziel haben. Einmal da rein. Da hinten. So, da kommt gerade was rüber. Das finde ich natürlich nicht geil. Was sehen Sie? Ah, ihr seid getan sowieso, ne? Dann ist es ja schon mal gut. Ja, genau durch dieses eine Fleckchen Tiberium musstet ihr unbedingt durchlaufen, ne? So. Oh, da kommt wieder ein bisschen was. Sonder wird angegriffen. Wird gebaut. Sonder wird zerluden. Was? Wieso ein miesen Penner? Ausbildung. Und was machst du da hinten, du Apfel? Oh. Mein Gott. Einmal mit Profis. Und ja, das war jetzt als Selbstkritik zu verstehen. Predator. Unterwegs. Auf zum Tiberiumfeld. Wird gebaut. Ausbildung. So, ich mach mal ein paar Larrys für Infanterie und schnelle Gebäuderäumung. So, wird direkt rein. Und du sollst da nicht rumstehen, du sollst sammeln. Genauso wie du, du Depp. Achso, du hast abgegeben. Ja, gut. Okay, dann seid ihr verziehen vorerst. Na, toll. Wobei, warte mal, das machen wir, glaube ich, lieber mit Grenadieren, sobald die denn da mal fertig sind. Das machst du bitte einmal jetzt ganz schnell, indem du da einmal vorbeirauschst. Einheit befördert. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Unterwegs. Und wieder weg. Unterwegs. Wir kommen. So. Oh, das war relativ knapp, aber siehe da, es hat funktioniert. Ich bin begeistert. Das ist die Lige. So, das Problem ist, wir gehen hinten langsam das Tiberium aus, aber... Was? Wo? Okay, das ist jetzt natürlich gar nicht mal so geil. Seid ihr doch mal so gut und... Nistet euch mal da oben ein, jetzt, da das Gebäude leider zerstört wurde. So, machen noch ein paar... Ausbildung. Von den Geräten. Ausbildung. Auf Empfang. WMT Einsatzbereit. So, das Türmchen hier sollte mal ersetzt werden und vielleicht auch durch ein zweites ergänzt werden, in der Hoffnung, dass das Geld dafür reicht. WMT Einsatzbereit. Renadiertrop. So, rein mit euch. Renadiertrop bereit. WMT Einsatzbereit. So, aber es hat immerhin noch gerade so gereicht hierfür. Das ist schon mal gut. Einheit wird angegriffen. Wie ist der Plan? Creditor, Krupp bereit. Estetige Ziel. Feindkontakt. Nein! Oh, Mann. Creditor, Panzerdivision ausrücken. Okay, wir brauchen einfach viel, viel, viel mehr Feuerkraft. Also einfach nur, wirklich Masse. Das Problem ist, dafür brauchen wir leider erst einmal Geld. Grenadiertrop bereit. WMT Einsatzbereit. Wo können wir eigentlich diesen Radarscan machen, ne? Hm, man weiß es nicht. So, wo ist noch einer Freiheit? Da ist noch einer. Wobei, da reicht es eigentlich, wenn wir einen losschicken. Der einmal eine Granate wifft und dann ist das Thema ja auch schon durch. Und dann muss ich noch gucken, dass wir unsere Basis abgesichert bekommen. Weil sobald die Basis einigermaßen gesichert ist, der greift ja doch mit ein paar mehr als nur ein oder zwei Einheiten an. Dann würde ich sagen, marschieren wir mal mit unseren Trüppchen hier nach vorne, machen mal die Kraftwerke platt in der Hoffnung, dass das seine Tarnung ein bisschen aufliegen lässt. Komm, an da. Auf Empfang. Okay, ich glaube, ich brauche einfach mehr von diesem Geschütztürm, weil der kommt hier oben kaum mit Infanterie an. Gut. Kriegen wir doch hin. Und parallel noch zwei hiervon. Und dann können wir auch langsam aber sicher mal vorwärts stürmen, weil ich habe jetzt keinen Bock, mir das noch Jahre gefallen zu lassen, was der hier mit uns macht, wie der uns hier trollt. Das ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen Käse, dass uns das Siberium da so ausgeht. Aber gut, wir müssen eigentlich jetzt einfach mal vorbrechen. So, dann machen wir das jetzt auch mal. Unterwegs. Es kann losgehen. Commander, nähern uns Ziel. Wir zeigen, wir sind bereit. Waffen klar machen. Erreit für Angehörige. Waffen klar machen. Sind bereit. Es kann losgehen. Zeigen wir es Ihnen. So, was haben wir hier? Ein Trüppchen, zack, rein mit euch. Perfekt. Was, ein, ein verloren. Ach, der in der Mitte, verdammt, die habe ich zu spät gesehen, leider. Sieh immer bitte ganz schnell weg. Und liebe Predator, ruhig immer bitte vor. Genau. So, bitte direkt die Granaten zum nächsten schmeißen. Danke. Nice. So, und schon fliegen die Granaten. Wobei, macht immer das, äh, die Predator machen die Gebäude. Das geht da ein bisschen schneller, denke ich. Was? Achso. so Kraftwerke weg. Und siehe da, es scheint zu reichen. Finde ich aber trotzdem erst einmal noch nach Hause zurück, repariere alles, weil wir haben ja jetzt nicht, wir schwimmen ja jetzt nicht gerade im Geld. Echt jetzt? Achso, ich dachte schon, der wäre da mit Infanterie gekommen. Aber gut, dem ist nicht so. Hallo, wollt ihr mal weiterfahren? Oh Gott. Also manche Wegfindungsmechaniken hier sind grausam. Echt? Hier hinten spawnt Tiberium? Da, an der Ecke? Mein Gott. Gut, es soll uns nicht stören, Hauptsache es kommt neues Tiberium ran. Wir kommen, sind bereit. Erwarten Befehle. So. Ausbildung. Können wir uns noch zwei Predator. Gebäude verkauft. Den verkaufen wir mal, dass wir noch an ein bisschen Kohle kommen. Predator bereit. Predator kampfbereit. Gruppentransporter. Ich würde sagen, weil wir da doch sehr viel Infanterie haben. Ausbildung. Wollen wir uns noch mal den ein oder anderen BMT dazu. Und ich glaube, ich will da tatsächlich nur einfache Infanterietrupps reinpacken. BMT, wie ist der Plan? Dass wir mit dem auch schnell genug mal BMT einsatzbereit. Ein paar Trübchen zersieben. Er kann losgehen. Ausbildung. Unzureichende Mitte. Erwarten Befehle. Gruppentransporter. So, würdest du einmal... Ach, sehr schön. Herr mit der Kohle. Fühl mich zum Schotter. Und du solltest mal repariert werden, genauso wie du. Und... Ja, du bist ja repariert. Infanterietrupp bereit. Ach shit, ich sehe jetzt gerade erst, wir hätten noch einen Infanterietrupp gehabt, aber das nutzen wir dann noch dafür. Einheit bereit. Bewegung. Wir tritt nur hin. Wir sind bereit. BMT einsatzbereit. Wir sind bestätigt. BMT, wie ist der Plan? Gruppentransporter. Bodenunterstützung. Infanterietrupp. Wir Langmänner. Erwarten Befehle. So, das hat jetzt leider doch ein bisschen mehr gekostet, als ich eigentlich geplant hatte. BMT erwartet Befehle. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt mal hoffentlich, 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 den Sack zu. Und preschen mal ein bisschen vor. Ich hoffe, die Truppen reichen, die wir haben. Sicher bin ich mir offen gesagt, nicht. Ed wird sich zeigen. So, ihr kümmert euch mal um den. Ach schön, der wehrt sich nicht, das ist ja nett. Kümmer du dich mal um das Gebäude hier bitte. Dankeschön. So, danke. Oh, was rennt ihr denn da alle so rein, Alter? Ei, ei, ei. Ja, ach, das war's da wohl mit meiner Anti-Infanterie-Maßnahme. Kein anvisiert. Schafft Platz. Feuer. Vernichtet sie. Was eigentlich mit dem guten alten Plattform, geht das gar nicht mehr? machen wir ganz schnell die Gebäude platz, dass da nicht noch mehr nachkommt. Und tun da mal ganz schnell ein bisschen was nach. Gucken wir mal, ob das hier in den Plattformen noch geht. Ja, das geht. Warum mache ich das denn nicht einfach so, Mensch? Und ich eier hier Ewigkeiten rum. So, ganz kurz, ihr einmal da rein, ihr einmal da rein, ihr, ihr einmal da rein. So, und ihr jetzt mal bitte ganz schnell mit dazu kommen. Und ihr ballert jetzt erstmal das Gebäude klein. Was stimmt denn nicht mit euch? Und den auch, bevor die da jetzt die nächsten Einheiten, die uns richtig garstig zusetzen, raushauen. So, und ihr beeilt euch mal bitte. So, es geht auch. Mein Gott! Boah, die von der schwarzen Hand, die halten aber verdammt viel aus. Muss man ja... neidlos eingestehen. So, ihr Lieben, das war's jetzt. Also zumindest so gut wie. Mein Gott! Haben wir auf die Schnauze bekommen! Alter! Das war ziemlich mies. Aber zu unserer Verteidigung, die haben uns halt von Anfang an ziemlich zugesetzt. So, das hätte man... Regeneriert er eigentlich schon bei der Stufe Lebenspunkte? Ich glaube, ne? Bin mir gar nicht sicher. Also als General auf jeden Fall. So, egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. Geheimdienstdaten aktualisiert. Sehr schön, jetzt können wir da wieder unsere Flagge hissen. Schwing! Ja, das war das ja doch jetzt ein bisschen turbulenter. Aber hey, trotzdem nur 21 Minuten in immer noch ein Verhältnis von 5,77. So, 179 Gegner neutralisiert, 31 Einheiten verloren, 17 feindliche Gebäude zerstört, 4 Gebäude verloren und 44.000 Rohstoffe gesammelt. Sehr schön. So, Ziele haben wir natürlich alle, sonst hätten wir die Mission natürlich nicht geschafft. Bonus-Ziele haben wir auch alle. Das ist sehr schön. Haben wir auch alle Geheimdienstsachen? Nein! Zwei nicht entdeckt! Was? Ach, wahrscheinlich für das Tiberium-Silo, weil ich das nicht gebaut habe. Ich habe noch am Anfang der Mission gedacht, Mensch, bau das unbedingt, damit du den Eintrag kriegst. Egal, ihr Lieben, ist halt so. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, Sikowski!